Das ist halt das Schlimmste, was passieren kann. Das Beste, was halt passieren kann, dass Microsoft dann kommt und sagt Boy, die ganze Scheiße gefällt uns nicht, ja? Wir hören die ganze Zeit, die Spieler sind unzufrieden, wir räumen so ein bisschen auf oder wir geben euch jetzt mal ein bisschen mehr Budget, ein bisschen mehr Geld, mehr Personal und wir möchten, dass ihr jetzt da so ein richtig Habibi-geiles Add-on rausklatscht, dass jeden Catch und dass ihr halt so ein bisschen den Kunden die Wünsche von den Lippen abliest und dass ihr da so ein bisschen auch mal nicht so auf Kuschelkurs mit der Community geht und nicht die ganze Zeit euch gegen die Community stellt, was ja auch immer so eine Sache ist, wo Blizzard ja auch gerne mal in die Kritik genommen wurde, was das angeht, dass sie halt nie hören und immer nur dann hören, wenn es halt zu spät ist. So, das sind vielleicht so Tugenden, die kann dann Microsoft so ein bisschen den Typen beibringen, den Leuten, die da so ein bisschen in der Position sind und sagen, yo, wir sind eure Babas, ihr hört auf uns und wenn wir sagen, ihr sollt das so machen, dann solltet ihr das so machen und wenn ihr es nicht macht, dann wird es halt dann Konsequenzen geben, dann werden halt Köpfe rollen, in dem Sinne ihr werdet gekündigt. So, normales Businessleben ist halt leider so. Das ist leider eine Tatsache, damit muss man sich halt auch mal ein bisschen zufrieden geben, dass es halt sehr, sehr hart zugehen kann. Und ich denke mal, das ist vielleicht etwas, was dann Blizzard gebrauchen kann. So eine Hand, die sich so ein bisschen führt, aber nicht zu krass. Nicht dieses Activision-mäßige, ihr müsst die ganze Zeit Profit machen. Alles, alles muss so aufgebaut sein, jedes Add-on muss so aufgebaut sein, dass ihr da das Bestmögliche aus den Leuten rausquetscht. Das glaube ich nicht, dass Microsoft drauf sind. Klar wollen sie sagen, ja, wir müssen Profit machen, aber die werden schon sagen, ey Jungs, aber ihr müsst schon ein geiles Spiel machen. Es soll schon Spaß machen. Es soll jetzt hier keine Abzocke oder Zeitverschwendung sein, sondern es soll schon Bock machen. Und ich glaube, da ist Microsoft durchaus eine Firma, die da in der Lage sein sollte, so umstrukturieren oder so mal mit da vorbeizugehen und zu sagen, Jungs, Gameplay first. Erst das Spiel, dann die Monetarisierung. Das Spiel muss gut werden und danach können wir überlegen, ja, wie kann man da so ein bisschen Moneten mitverdienen, zusätzlich zu den Subs, ne, dass man halt irgendwie das Spiel abonniert haben muss, um überhaupt zu spielen. Aber ich sehe das auch nicht so als problematisch, außer das natürlich berechtigte Kritik bezüglich Monopolstellung. Aber ich finde, das ist noch weit davon entfernt, irgendwie Monopol zu werden. Klar, wenn Microsoft jetzt nochmal um die Ecke kommt und sagt, oh, by the way, ja, ihr habt geglaubt, Activision Blizzard wäre unser größter Streit. Ja, jetzt haben wir noch Ubisoft aufgekauft. Ja, dann würde ich irgendwann mal auch sagen, okay, scheiße, das ist überhaupt nicht gut für uns Gamer. Das geht jetzt so langsam in eine Richtung, die kann super unangenehm werden. Kann super, super unangenehm werden für uns. Dann bin ich auch jemand, der sagt, jo, das wird wahrscheinlich hier ein krasses Monopol werden. Und wenn da nicht ganz schnell jemand mal eingreift und das reguliert, sind wir im Arsch. Ja, dann sehe ich das auch anders. Aber ansonsten fürs Erste, gerade Activision Blizzard, ich glaube, da ist Microsoft ein guter Partner, denen sie da so ein bisschen hochhelfen können und vielleicht so ein bisschen auch die Leute, die da arbeiten, pushen, auch mal neue IPs rauszuballern, auch ein bisschen die Ressourcen gut verteilen, dass da auch mal nicht nur die ganzen fünf Jahre mal Spiele kommen, sondern dass man auch mal ein bisschen in kürzeren Abständen mal was kommt. Klar, dass die sollen sich Zeit nehmen, aber das ist gar kein Problem, das will ich ja nicht sagen. Die sollen nicht Call of Duty werden, wo sie jedes Jahr irgendwie immer ein neues Call of Duty rausballern müssen. Das ist nicht das, worauf ich hinaus will, sondern einfach, dass es nicht tausend Jahre dauert, bis ein Spiel rauskommt, weil irgendwie die Leute da ihre Ressourcen irgendwie nicht gut einsetzen oder irgendwie misskalkulieren oder was weiß ich, woran es halt meistens scheitert. Das ist halt das Ding, wo sie auch wirklich mal sagen, ey, hier, Ressourcen, fünf Jahre, drei Jahre, keine Ahnung, und das Spiel muss draußen sein. Punkt. So, ihr habt genug Zeit, macht's, aber macht's. Und wenn Zeit verschoben werden muss, weil es nicht läuft, ist okay, aber wir wollen halt Ergebnisse sehen. So, dass da vielleicht jemand ist, der sich so ein bisschen besser führen kann, was das angeht. Ja, das ist noch meine Meinung zu der ganzen Aufkauf-Geschichte. Ja, also ich bin dann noch nicht so, sagen wir mal, so skeptisch, was das angeht. Wie gesagt, ich bin auch mehr so einer, der positiv gestimmt ist und der wirklich da einen positiven Einfluss davon sehen kann. Wirklich. Also, ich sehe davon einen positiven Impact. Weil viele Leute sagen so, ja, das ist, das jetzt geht's richtig bergab. Aber ich bin derjenige, der sagt, nee, Leute, das ist, glaube ich, für Activision Blizzard das Beste, was passieren konnte. Stellt euch vor, keine Ahnung, EA hätte die aufgekauft oder so. Yo, yo, meine lieben Freunde. Dann hätte ich gesagt, shit, das ist super, das ist ein super GAU. Viel Spaß, erst mal fünf Millionen DLCs zu kaufen, viel Spaß, tausend Millionen Mounts zu kaufen, um das Spiel überhaupt vernünftig spielen zu können. So ist es ja normalerweise. Oder so wird EA gerne dargestellt. Wo man auch mittlerweile so ein bisschen einen Sinneswandel sieht, aber nicht, weil sie nett sind, sondern weil sie gemerkt haben, uh, anders kann's auch gut laufen. Probieren wir mal erstmal die andere Schiene, bevor wir wieder auf Standard gehen. Aber da sehe ich zum Beispiel die nicht gut aufgehoben bei EA. Da werden sie ähnlich wie Activision Blizzard hart gemilkt. Da werden sie richtig hart gemilkt bis zum geht nicht mehr. Aber bei Microsoft könnte ich mir schon vorstellen, dass sie da so ein bisschen Herz haben und vielleicht auch mal sagen, ey Leute, ihr hattet damals so geile IPs, mit denen ihr nichts gemacht habt. Guckt mal, ihr habt ein Warcraft 3 Strategiespiel, womit ihr nichts gemacht habt und mit Reforge nur reingekackt habt. Jungs, wie wär's mal, wenn wir hier mein Team zusammenstellen, ich geb euch mal ein paar Milliarden Dollar und dann haut ihr mal ein Warcraft 4 raus. Oder ey, ein Starcraft-Fortsetzung, wär vielleicht auch mal gar nicht mal so eine schlechte Angelegenheit. Hm, auch gute Idee. Sollte man auch vielleicht machen. Das ist halt das, wo ich sehe. Wo ich da halt in dem Sinne dann Blizzard Chancen sehe, auch geile Spiele zu machen. Weil du hast halt kein Activision, wo die da die ganze Zeit an deinen Nacken hängen und die ganze Zeit so, ah ja, wir müssen Geld machen, wir müssen Geld machen. Jungs, alte IPs, Strategiespieler, das bringt doch gar kein Geld, Leute. Das bringt 0,0 Geld ein. Wir müssen nur Call of Duties, WoWs rausballern. Alles andere ist vollkommen für den Arsch. Ich denke mal, Microsoft ist nicht so drauf. Die sind schon so ein bisschen, ja, Leute, Profit, wichtig, aber auch mal ein bisschen das Portfolio erweitern. Ich meine, ihr müsst euch das mal angucken. Jetzt mal als Beispiel in Strategie-Genre, weil ich bin ja ein großer Warcraft 3-Fan. Ich bin, das ist der, überhaupt der ganze Grund, warum ich zu WoW gekommen bin. Ohne Warcraft 3 wäre ich nie zu WoW gekommen. Bin ich einfach mal fair und ehrlich. Das ist halt einfach ein Fakt. So, und dann vielleicht mal, wenn man jetzt auf Microsoft rüber guckt, dann sieht man ja auch so in gewisser Maßen, dass da auch so Nischenprojekte auch gerne mal finanziert und auch gute Qualität abgeliefert wird. Beispiel, kann ich ja auch sagen, Beispiel Age of Empires. Da gab es eine Definitive Edition von, glaube ich, dem zweiten und dritten Teil und das wurde sehr, sehr gut aufgenommen. Also ich glaube, es gab Startschwierigkeiten, Problemen, dies, das, aber die wurden sehr schnell gefixt. Ist ja auch völlig okay. Wenn es schnell gefixt wird, bin ich da noch jemand, der sagt, okay, völlig entspannt. Und dann haben sie gesagt, ja, komm, hauen wir nochmal ein Age of Empires 4 raus. Ein Strategiespiel, wo ja viele immer, wo viele Leute immer sagen, ach Leute, das hat gar keinen Bestand, das gibt uns ja gar nichts. Aber Microsoft hat trotzdem gesagt, ja, aber viele Leute wollen das, viele Leute feiern das. Macht's. Dann haben sie es gemacht. Und scheinbar ist es, so wie ich jetzt gehört hatte, gut angekommen, das Strategiespiel. Ich bin kein Age of Empires-Fan, wie gesagt, ich bin mehr so Warcraft 3-Fan. Aber da sieht man's halt, da hast du halt Microsoft, die halt auch bereit sind, auch in solchen Nischenprojekte Geld zu investieren. Einfach nur, um so ein größeres Portfolio zu haben oder vielleicht auch mal so ein bisschen mehrere Schichten anzusprechen. Kann ja uns am Ende scheißegal sein. Hauptsache, wir kriegen geile Games. Und das ist ja das, was für uns ja dann geil ist. Und da sehe ich halt bessere Chancen mit Microsoft, die dann sagen, ey, Warcraft 4, warum nicht? Ballern wir raus, machen wir mal. Gar kein Problem hier, nimm Entwickler. Oder holen uns vielleicht nochmal ein paar Leute dazu. Keine Ahnung, wie sie es stemmen wollen, aber irgendwie werden sie es halt stemmen. Hier habt ihr Geld, macht. So. Vielleicht, das wäre übertrieben, das wäre IQ 200-Move. Aber ich glaube nicht daran, dass sie zum Beispiel, wenn Microsoft endlich den Deal abgeschlossen hat und dann halt der in Activision Blizzard gehört, dass sie erstmal sagen, Jungs, Reforge, ne, das war eine große Scheiße und ich sehe da keine Improvements. Fix das mal. Hier habt ihr Geld, fix das jetzt. Das stört uns. Wir möchten erstmal diese Marke wieder ein bisschen aufpolieren, bevor wir vielleicht einen vierten Teil rausbringen. Fix das mal. Und vielleicht kommt dann so dieser Moment, wo dann einfach bei Microsoft derjenige ist, der ein Spiel einfach mal fixt, was einfach mal komplett in einen desaströsen Zustand kam. Und das ist doch gar nicht so schlecht. Wie gesagt, die Tatsache, dass ich Microsoft sowas mehr zurechne als anderen Publishern, sprich Bände, und ich bin nicht der Microsoft-Fanboy, das muss man auch dazu gesagt haben. Wenn ich mich in ein, wenn ich, ich bin nicht so überhaupt Fan von diesem Fanboy-Gedöns, aber wenn ich zwischen Sony oder Microsoft entscheiden würde, würde ich eher Sony nehmen. Einfach weil ich da eine größere Verbindung habe, gerade bezüglich Final Fantasy. Das ist da einfach mein Ursprung so. Da habe ich halt meine ganze Kindheit erlebt. Das ist halt eine Sache, die kannst du nicht so schnell einfach auslöschen. Aber ich sehe halt Potenzial. Und deswegen bin ich auch positiv eingestimmt. Unabhängig von diesem ganzen Monopol-Scheiß. Das kann erstmal außen vor bleiben. Hauptsache geile, es kommen geile Sachen bei rum. Dann kann, dann bin ich erstmal bereit, soweit das erstmal auch so ein bisschen zu verdrängen oder erstmal zu sagen, ja, nicht so wichtig. Wobei, wie gesagt, es gibt genug, genug, genug andere Publisher und Entwickler und solange da jetzt nicht irgendwie die auch noch aufgekauft werden, weil jetzt gab es ja wieder einen Vorfall, Sony hat ja jetzt Bungie aufgekauft, die halt Destiny und so gemacht haben. Jo, ist halt auch eine krasse Sache und die haben jetzt gesagt, ja, das war noch nicht das Ende, wir fangen gerade erst an, wo ich mir da denke, jo, das ist dann nicht so geil, weil jetzt, weil jetzt genau das dann entsteht, was ja viele sagen. Aber jetzt kaufen alle auf, dann wird vielleicht sich Microsoft bedroht und sagen, Jungs, Sony hat schon wieder hier drei Entwickler gekauft, hu, shit, wir müssen auch wieder mal wieder was aufkaufen, solange noch, solange noch der Drops frisch ist und dann geht dieser ganze, dann geht das, das ganze Scheiß erst richtig los, wo, wo sich so diese ganzen großen Leute, diese großen Publisher und Entwickler sich so ein bisschen in so einem Konkurrenzkampf befinden, wo sie sich so ein bisschen überbieten wollen, so, okay, so ist es wie so, keine Ahnung, wie pokern, Alter, okay, du sitzt 200 Dollar, du gehst, du gehst mit 200 Dollar mit, ich geh mit 500 Dollar mit, 500 Dollar, päh, 1000 Dollar, 1000 Dollar, das ist ja nichts, 1500 Dollar und so geht es dann die ganze Zeit weiter, wo sie sich versuchen zu überbieten und dann haben wir ein Problem, weil dann gibt es nicht mehr so viele Entwickler, weil alles irgendwie der Sony, Microsoft gehört und dann hast du ein Monopol, nicht so ganz, weil dann hast du ja immer noch zwei, aber das ist dann schon ein bisschen beschissener und da sehe ich auch ein bisschen die Problematik. Ah ja, es ist auf jeden Fall nicht so ganz einfach die Frage zu beantworten, aber wenn es, wenn ich nur anhand meines Gamer-Daseins so ein bisschen Urteil bilden müsste, darüber würde ich sagen, eigentlich an sich eine geile Sache für Activision Blizzard und Blizzard selbst. Vielleicht kommt da endlich mal jetzt so ein bisschen der, der frische Wind rein, den sie brauchen, um endlich mal so, ja, das hinter sich zu lassen, um so einen Neuanfang zu starten. Ich denke mal wirklich, das könnte denen wirklich endlich helfen, mal sich ein bisschen zu rehabilitieren und endlich mal, ja, ich weiß nicht, Zeit wird zeigen, aber ich habe ein positives Gefühl bei der Sache. So, das waren die drei Themen, die ich besprechen wollte. Sorry, wenn es wirklich nur solche Billo-Themen sind oder viele Leute das schon wussten, aber es sind wirklich die krassesten Schlagzeilen gewesen in den letzten paar Wochen, wo ich nicht die Chance hatte mal darüber zu reden und ich dachte mir, ey, wir nehmen auf und über WoW gibt es momentan immer noch nichts zu berichten, was jetzt mit 9.2 aussieht oder wie es aussieht. Klar, wir können über PTR reden, aber ihr kennt mich, ich spiele kein PTR einfach, weil ich mich nicht so vorab spoilern lassen will. Hatte ich ja auch schon mal des Öfteren erwähnt, wozu, weil sehe ich halt nicht ein, wozu PTR spielen, wenn ich einfach auch warten kann und dann kann ich es auch selber erleben, weil wenn ich jetzt PTR spiele und dann das später nochmal aufnehmen muss für den Kanal, dann kenne ich ja alles, dann bin ich ja schon gespoilert. Dann gibt es halt keine, keine wirklich natürlichen Reaktionen, so was, hätte ich jetzt nicht damit gerecht, sondern oh ja, ja, habe ich schon im PTR gesehen. Nett. Darauf habe ich nicht so viel Bock, aber das waren so die krassesten News, das ist schon echt heftig. Bin mal gespannt, wie sich das jetzt noch in diesem Jahr entwickeln wird, was uns da noch so erwarten wird. Nicht nur in diesen ganzen Aufkaufgeschichten, sondern einfach auch bezüglich auf Blizzard selbst, ob wir jetzt da wirklich einen Sinneswandel sehen, dass das vielleicht schon mal so ein bisschen Früchte getragen hat und wir mal endlich so einen positiven Impact davon spüren. Oder ob das erstmal so lange bis, ja, Microsoft die ganze Butze da noch nicht gehört, sehen wir da einfach immer noch gar nichts. Das ist halt auch natürlich eine Frage, die sich noch, ja, herauskristallisieren wird, wie weit das jetzt schon Einfluss auf die ganze Geschichte hat. Aber es ist ein spannendes Thema und das wird uns jetzt auch noch eine ganze Weile verfolgen. Wie gesagt, spätestens wenn Microsoft diese ganze Butze gehört, spätestens dann ist das eine sehr relevante Sache, wo man sich nicht mehr, wo man nicht mehr, nicht mehr sich davon verschließen kann, sondern sagen muss, uiuiuiui, jetzt bin ich mal gespannt, wie die ganze Sache, äh, sich entwickeln wird. Und da bin ich halt auch riesen, riesen Fan davon. Hatte ich ja schon mal im Vorfeld gesagt. Wird sich, die Zeit wird zeigen, die Zeit wird zeigen, aber ich freue mich drauf. Ist eine gute Zukunft für Blizzard, in meinen Augen. Kann natürlich, ihr könnt wie gesagt in den Kommentaren schreiben, wie ihr es seht, aber ich sehe eine gute, gute Sache vor mir, die vielleicht wirklich den entscheidenden Impact bringen könnte, den Blizzard schon seit einer ganzen Weile gebraucht hat. So, jetzt die letzten paar Minuten können wir jetzt auch mal ein bisschen auch wieder in die Questgeschichten ausatmen, ne? Haben jetzt genug mal über die ganze Scheiße da geredet, aber ich finde, es ist ein wichtiges Thema und ich weiß nicht da draußen, ob es vielleicht jemanden interessiert, wie ich dazu stehe, aber es ist, es ist durchaus eine spannende Sache und es gibt ja viele Leute, die sich ja nicht darüber informieren. Ich kenne genug Leute aus der Gilde, denen ich das auch mal erzählen musste, weil sie es erst super spät oder gar nicht erst mitbekommen haben und ja, ist halt gut für die Leute mal zu wissen, wie es gerade hier so aussieht, ob es vielleicht auch diejenigen unter euch, die vielleicht mit WoW aufgehört haben, aber mir zum Beispiel noch mich gerne verfolgen, vielleicht auch mal so interessant ist mitzubekommen, oh, so entwickelt sich da also WoW, hmm, spannend, vielleicht komme ich ja nochmal wieder oder vielleicht auch nicht. Ist ja auch immer so eine ganze Geschichte für sich. Aber, wir sind jetzt 43, geil, ich bin echt super mega happy, wir haben zwei Levels für uns auf jeden Fall mal schon mal gestemmt, da bin ich richtig froh darüber, weil es sind nur noch sieben Level, sieben fucking Level und dann sind wir, und dann sind wir in Shadowlands, nicht so, ich freue mich nicht auf Shadowlands, nicht bevor Leute sagen, hey, der freut sich drauf, aber ich freue mich einfach drauf, dass wir dann sozusagen die ganzen Addons hier hinter uns lassen, die wir jetzt schon, die es in der Vergangenheit gab, sondern dass wir jetzt endlich so ein bisschen auf die Zukunft zu bewegen und endlich mal auch den aktuellen Content machen und da habe ich Bock drauf, da habe ich mega mega Bock drauf zu sehen, was, für welchen Pakt wir uns entscheiden werden, weil ich habe, um ehrlich zu sein, noch nicht überlegt, welchen Pakt ich gehen werde, weil ich habe jetzt jeden Pakt mit meinen Twinks abgedeckt, ne, ich habe jetzt jeden, oder ich habe jetzt jeden einen Pakt zugewiesen, dass ich am Ende mit jedem Pakt Stufe 80 bin, dass halt für jeden dann die Transmox und so freigeschaltet werden, das war mir halt super, super wichtig, dass dann jeder halt Zugriff darauf hat, weil ich weiß nicht, ob ich dann Bock habe, irgendwann, wenn das Add-on wieder komplett schnitt von gestern ist, dann nochmal mehr die Zeit zu nehmen, erstmal die ganzen Pakte zu leveln, deswegen mache ich das jetzt als später und ja, dementsprechend habe ich hier freie Hand, mit welchem Pakt unser guter hier Panda gehen wird und da weiß ich es noch nicht, klar, es gibt bestimmt wieder diese Metakisten und so, ah ja, wenn du Geile spielen willst, dann musst du unbedingt da hin, aber ihr kennt mich, ich bin mehr so ein Gefühlsbauchmensch, der sagt, ah, wie passt es mir besser, wie habe ich eher Bock, möchte ich eher wirklich so in dieses, mich in dieses Mindset versetzen, oh, wir müssen jetzt super, super krass kompetitiv gehen oder ach Leute, es geht doch einfach nur um Spaß oder spaßige Fähigkeiten und dann gehe ich doch einen anderen Weg, das wird sich dann herausstellen, bin ich noch gespannt, das wird sich erst, denke ich mal, im Laufe der Zeit herauskristallisieren, ja, welchen Pakt wir gehen werden, ich habe wirklich noch mir darüber null Gedanken gemacht, weil wir sind noch, wir sind schon nah dran, aber es ist noch eine ganze weite Welt, die es noch für uns zu erschließen gibt, also da bin ich noch nicht so im Stress, dass ich jetzt irgendwie mir schon die Gedanken darüber mache, aber, was wir jetzt machen können ist, und das ist glaube ich auch der letzte, der letzte Schritt, den wir erledigen werden, wir werden unseren Gott hier befreien, unseren Propheten Quetzlun, ja, immer wieder nice, welche Namen sie sich so ausgedacht haben, was kriegen wir dafür, wir kriegen eine Waffe, die, ja, Damage-technisch schon mal gar nicht mal so schlecht für uns ist, aber halt auch nur, nur Beweglichkeit hat, nur Beweglichkeit und Crit, das ist aber irgendwie, war das, war das damals schon so, dass man wirklich nur, ja, das ist ja okay, aber, das ist ja kompletter Bullshit, ich meine, ich meine mehr Damage und so, aber wir verlieren halt komplette Werte und so, das ist dann nicht so geil, glaube ich nämlich nicht, ich finde einfach auch meine Waffen hier einfach viel zu geil, um sie abzugeben, wobei, wir sind ein fucking Mönch, das ist ja auch eine Sache, die ich ja immer wieder vergesse und das ist, das ist dann einfach so ein Style-Bonus, den ich, ah, das finde ich auch einfach geil, ich wünschte mir, das würde Blizzard auch für andere Klassen auch einbauen, diese Möglichkeit, einfach mal zu sagen, ey Jungs, ihr könnt einfach entscheiden, ob ihr Einhand-Waffen auf den Rücken oder an der Hüfte tragen wollt, das wäre wirklich eine Sache, das würde mich als Styler und jemanden freuen, der wirklich gerne Waffen sammelt, die man auf den Rücken tragen kann, weil so ist es nämlich, Leute, ich habe wirklich keinen Scheiß, ich habe glaube ich so ziemlich, ziemlich jede Waffe, fast jede Waffe, die man so auf den Rücken tragen kann, äh, freigeschaltet, also, oder besser gesagt, gefarmt, ich habe sie alle, klar, es gibt dann natürlich so Farb, die Farbvarianten gibt es nochmal in Unterschied, zum Beispiel Eiskrone gibt es ja diese Äxte, die du auf den Rücken tragen kannst, und die sind ja in unterschiedlichen Farbmustern, das habe ich mir natürlich nicht alles gefarmt, sondern ich habe mir einfach nur eine Axt gefarmt von denen und das war es, das muss man dazu gesagt haben, also nicht jede Farbvariation freigestellt, aber so die Grundfarben schon, und, ich liebe das, und gerade bei, das ist dann, das ist dann natürlich auch so ein netter, netter Effekt, so dass du als Mönch einfach sagen kannst, fuck it, ich kann einfach jede fucking Waffe auf den Rücken tragen, und das wird automatisch auf den Rücken getragen, so hast du, so hast du gar nicht diese Einschränkung zu sagen, ah, ich kann nur diese Waffen nehmen, weil die sind die einzigen Waffen, die ich auf den Rücken tragen kann, sondern du kannst sagen, scheiße drauf, ich kann einfach jede fucking Waffe nehmen, das ist nice, das finde ich nice, ganz ehrlich Leute, das ist wirklich, da geht mir so ein bisschen das Herz auf, und ich sage es euch, wie es ist, spätestens, spätestens, wenn wir Level 50 sind, werden wir hier natürlich, natürlich ein kleines Umstyling mit unseren, mit unseren Panda hier vornehmen, da werden wir noch mal ein bisschen was anderes, da werden wir noch mal eine andere Form annehmen, jetzt sind wir momentan so ein bisschen Horde-mäßig Veteranenvertreter, aber spätestens mit Level 50 werden wir kurz, kurz davor auch ein bisschen das Thumbnail abändern, sonst haben wir immer diese Standard-Thumbnail mit unseren Horde-Klamotten, und für Level 50 werden wir noch mal ein bisschen das Transmog abändern, damit wir ein bisschen auch passend für dieses Add-on ausgestattet sind. Aber, Leute, das war es jetzt erstmal wieder von Let's Play WoW Shadowlands mit unseren guten alten Mönchpanda. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, bin immer gespannt, was es sich vielleicht in der nächsten Zeit wieder so an News an, rund um Blizzard oder so an, ja, was so entstehen wird. Mal gucken. In dem Sinne, bis dahin, Leute, see ya.